Herzlich Willkommen zur Alice Discounter Video Serie. Heute präsentieren wir euch die Graco ST Max 2 595 PC Pro. Wir geben euch eine kurze Einführung zum Aufbau, zur Funktion und zum Lieferumfang des Geräts. Das Gerät ist eine elektrisch betriebene Kolbenpumpe. Der Einsatzbereich ist eigentlich so im Bereich Innendispersion, Grundierung, also gerade für Maler, die regelmäßig Wohnungen, 3-Zimmer-4-Zimmer-Wohnungen und das in großer Stückzahl durchspritzen, ist das Gerät recht gut geeignet. Die technischen Daten, das Gerät wiegt 33 Kilo hier in der Standvariante, also auf Fahrwagen. Es gibt auch noch eine Variante ohne Wagen, also ohne Räder. 33 Kilo, die Förderleistung liegt bei 2,6 Liter pro Minute. Die maximale Düsengröße ist eine 527er, also eine 27er Düsenbohrung und der Arbeitsdruck, der maximale liegt bei 227 Bar. Zum Lieferumfang. Das Grundgerät auf dem Fahrwagen, das ist die Highboy-Variante, so nennt sich das Modell auf dem Fahrwagen, wird geliefert mit einem 15 Meter Bluemax-Schlauch von Graco. Also gerade für den Einsatzbereich Wohnungen, Innenbereich völlig ausreichend, kann man das Gerät im Flur stehen lassen und arbeitet von dort alles ab. Zudem wird mitgeliefert die Graco-Kontraktor-Pistole mit Düsenhalter, RAK-10 Düsenhalter drin und einer 517er Wendedüse, auch RAK-10, also wäre geeignet für Grundierung, Innendispersionsfarbe, so als Standardgrundausstattung. Bedienungsanleitung ist auch mit dabei und natürlich Kolbenöl, das zur Standardausstattung. Ein paar Materialien wurden schon angesprochen, also Innendispersion, Grundierung. Man kann natürlich auch Außendispersion mit spritzen, die ganz großen Projekte würde ich damit nicht angehen. Lasuren, Lacke ist natürlich auch alles ein Bereich, der machbar ist mit einer 27er Düse. Also so, dass man eigentlich relativ viel damit machen kann. Dachbeschichtung würde ich vielleicht nicht ganz rangehen, mal machbar, aber für einen Dauer einen Einsatz im Bereich Dachbeschichtung, wo ich dann vielleicht doch eher zu dem größeren Schwestermodell, der 695 oder der 795 greife. Die Graco ST Max 2 95 PC Pro ist eine elektrisch betriebene Kolbenpumpe und dementsprechend auch vergleichbar aufgebaut wie andere Modelle von Graco, Wagner, Farbmax, Storch oder wie auch immer. Die Ansaugung erfolgt über das Ansaugsystem direkt aus dem Eimer ins Gerät, geht durch das Gerät durch und dann hier vorne ist der Schlauchanschluss, dann vor zur Pistole. Steuern tut man das Gerät über den An-Aus-Schalter, hier hinten ganz normal Aus-An, An-Aus. Man hat hier den Drogeregler, den man von 0 bis zum Maximum regulieren kann, ganz stufenlos. Zudem ist hier noch eine Vorposition und zwar Prime Slow und Fast Flush, also das ist ein Mechanismus zum Reinigen der Pumpe, das heißt ein vereinfachter Reinigungsmechanismus, den man hier vorne auch steuern und einstellen kann. Das heißt also, wenn man nach dem Arbeiten die Pumpe reinigt, gibt es da nochmal Unterstützung. Hier haben wir den Hauptfilter sitzen, den man einfach hier rausschrauben und entnehmen kann zur Reinigung oder auch zum Wechsel. Darunter findet sich auch direkt am Hauptfiltergehäuse mit dran das Entlastungsventil und hier haben wir die Steuereinheit, da kann man sich den Druck anzeigen lassen. Hier über das digitale Display ist Smart Control Display. Zudem kann man dort einstellen, ob man die Druckanzeige in Bar oder PSI haben will und man kann sich auch die verarbeitete Literzahl anzeigen lassen. Also das Gerät merkt und speichert und zählt, wie viel Liter Farbe damit verarbeitet worden sind. Also hier auch wieder für den europäischen Markt in Liter die verarbeitete Menge anzeigbar und dann aber auch noch einen Gallon für den OS Markt. Zudem ist an diesem Modell das ProGuard System verbaut. Das heißt also, hier ist ein Schutzmechanismus oder ein Hinweis darauf immer zu finden eine Alarmlampe, die anzeigt, ob das Gerät ausreichend mit Strom versorgt oder Spannung versorgt wird. Ansonsten leuchtet hier eine kleine Lampe, die den Hinweis gibt, okay, hier funktioniert fast nicht. So, ich denke, ihr habt einen guten Überblick erhalten über den Aufbau, Funktionsweise und auch den Lieferumfang der Graco ST-Max 295 PC Pro. Solltet ihr Fragen zu diesem Gerät haben oder auch zu anderen Farbspritzgeräten, ruft an oder schreibt uns eine Mail. Bis bald! Schleifung, 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 Sch